Als Kind dachte ich immer, ich kann alles werden. Aber dann kam alles anders. Wir glauben, dass man Lernen, Beruf und Leben nicht in unterschiedliche Zeiträume unterteilen kann. Denn wir wissen, dass man sich von Geburt an bis ins hohe Alter weiterentwickeln wird und muss. Und es ist ein Privileg, scheinbar unendlich viele Möglichkeiten zu haben. Gleichzeitig werden wir Erfahrungen machen, die niemand vorhersehen und beeinflussen kann. Die nicht in Tabellen und Formeln abbildbar sind. Das Leben wird uns Aufgaben stellen, bei denen Theorie auf Praxis trifft und eines vom anderen abweicht. Irgendwann werden wir auf unseren Weg zurückblicken. Auf gute Entscheidungen und auf solche, die wir anders fällen würden, wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten. Wir werden lernen, welche Konsequenzen das alles auf unser Leben hat. Und lernen, damit umzugehen. Durch Institutionen und Menschen, die uns fordern und fördern. Die uns begleiten. Die uns ihr Wissen, ihre Profession und ihre Leidenschaft vermitteln. Die uns helfen zu begreifen, was uns zu der Person machen kann, die wir sein wollen. Wir glauben, dass Ausbildung etwas mit Herausbilden zu tun hat. Mit Fähigkeiten, die wir in uns spüren und die sichtbar gemacht werden können. Durch Menschen, denen wir etwas bedeuten. Ich werde Batman. Ich werde Rockstar. Ich fliege zu den Sternen. Hochschule Fresenius. Zukunft ist, was wir aus uns machen. Zukunft ist, was wir aus uns machen.